herzlich willkommen zurück auf kraftitekt und leute könnt euch mal diesen zeitraffer kraftitekt und leute 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 für den alkohol das heißt dass dieses video nicht sehr gut bewertet wird ja und natürlich weil dieses video so viel aufwand gekostet hat würde ich eigentlich auch sagen um mehr eisen zu produzieren und um einen shop bauen zu können mit wo sehr viel eisen verbraucht haben nur das gebaut dann wie hier ein haufen eisen farms hin bauen können die alle so an aufwendig sind es ist eigentlich ein bisschen ich weiß aber es lohnt sich weil wenn ihr mal durch ist anguckt diese fläche hier mit wie vielen blättern wir arbeiten können wie viel erde wir abgetragen haben müssen ich schon ganz ehrlich sagen dieses video war aufwendig natürlich müssen wir noch ein eisenshop aber den bauen wir in den nächsten paar folgen aber wenn ihr mich unterstützen wollt das gerne eine positive bewerten wie schon gesagt abonniert den kanal wenn es noch nicht geschehen und kommentar für den angeboten muss da würde ich eigentlich schon wieder sagen das was mir folgt das war sehr kurz hat sich auch genutzt eigentlich also kürzere videos zu machen und mit großer aufwand darum war es dieses video ich hoffe es hat euch gefallen das gerne positive bewertete abonnieren kanal und wir sehen uns bei der nächsten folge tschüssi kowski tschau